hallo und zu einer kleinen runde mein mafia nennt sich das hier glaube ich also eigentlich trouble in mein willen nur auf dem commissar war mein mafia und ich brauche eine kiste kisten jenes ruckelt meins gibt es hier nicht noch mehr hier ganz runter rennen oder wie verdammt ich will noch ein steinschwert ich will nur ein steinschwert ich will aber halt stopp steinschwert wo noch kurz umsortieren ich bin meiner das ist ja aufregend direkt mal fragen wo geht es nicht zum tester kollegen ach dass der tester nimm mich hauen ich bin mina und es gibt nur ein kommisar und sind schon aus sind schon ganz viele tod das ist natürlich auch nicht gerade scharf darauf alleine von irgendjemanden abgemurkst zu werden alter gib mal pfeile scho und Äh... 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 Ja, guck halt her! Ich bin unschuldig, Kollege. Ich bin ein Miner. Hä? Was? Ha! Was ist das? Ich hab ja gar nichts gemacht. Ich hab nur überlebt. Aaaaaah! Das war eine schöne, kurze, kleine Runde... Mein Mafiosi, mein War... Hilfe? Schwarz? Ich seh schwarz. Ey! 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 Ah! Und damit verabschiede ich mich und wir sehen uns. Servus! Und da sind wir mit der nächsten Runde... Wie heißt der Verein jetzt hat hier... Mein Mafia. Doch, mein Mafia heißt es hier. Ähm... Ich fürchte, es läuft genau auf die Map Valley hinaus. Keine Ahnung, wie die ausschaut, diese Map. Und... Ja, ich hab keinen Traitor-Pass gekauft. Ich lege so hart wie eh und je. Und direkt mal die Kiste schnappen. Und noch eine Kiste. Ich brauche noch Kisten. Kisten, Kisten... Da ist eine Kiste. Meine... meine Kiste. Und ja, bitte nicht wundern über Lärm im Hintergrund. Hier haben gerade wieder die Katzen mein Zimmer gestürmt. Gibt's hier denn keine Kisten mehr? Ich hätte gerne noch ein Steinschwert, Kollegen. Ich brauche noch ein... Halt... Ah! Ah! Und ich bin Kommissar! Und ich? Ich versuchze ein mal oder was, es hamburgiert mixed my up! Und tatsächlich einfach nicht mehr. Oh, ich werde mich Ich werde mich wieder zuerst machen. Es sind schon direkt wieder zwei Einwohner tot. Tester ist jedenfalls hier. Creeper hat den Tester betreten. Und auf der anderen Seite sind die ganzen. Johnny, Tester. Geh in den Tester, Kollege. Johnny hat den Tester betreten. Mist. Okay. Craft Tobi hat den Tester betreten. Okay. Creep Kill LP. Okay, der ist wahrscheinlich jetzt echt ein Verräter. Tasi ist ein Dings gewesen. Und damit haben wir schon wieder gewonnen. Ich habe wieder episch viel nichts gemacht. Wo ist mit dir vorne und hinten, Kollege? Hä? Achso, da wo das Essen ist, ist hinten. Superman! Und dann sehen wir uns bei der nächsten Aufnahme. Hallo zum nächsten Main-Mafia-Runde. Ist jetzt glaube ich das dritte Spiel in Folge, ja. In 15 Sekunden geht es schon los und ich lag wieder ein bisschen, aber das hat bis jetzt nicht so viel ausgemacht. Ja, die Runden sind ziemlich kurz. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass so wenig Leute da teilnehmen. Ich will die Truhe da oben. Kommt man die Truhe da oben ran? Nehm ich die da. Und ich bin Mafiosi. Ich weiß auch nicht, wie das kommen konnte. Bestimmt nicht, weil ich einen Traitor-Pass eingelöst habe, den man auf dem GOMER-HD-Server übrigens kostenlos durch einen Vote bekommt. Hey! Da oben killt ihr sich doch schon wieder, oder? Und ich lagge halt. Nein! Verdammte Lags. Na gut. Ja, und hier im Raum, die Katzen, die gehen gerade richtig ab. Die drehen richtig am Rad. Ich hasse diese Lags. Immer wenn ich Mafiosi bin, lagge ich. Das kann doch nicht sein. Hallo Fire, ich verfolge dich. Die Endertruhe ist glaube ich schon geknackt worden. Ja, die ist schon geknackt worden, Kollege. Ich laufe dem jetzt hinterher, bis er tot ist. Na, er kommt da gar nicht um. Ähm, na, 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 na. Ähm, lassen wir überlegen. Ich glaube, ich nehme es noch keine zwei Minuten auf. Ja, und, und der, der macht einfach einen Lackkill. Ich hab, ich hab gar nicht so arg geleckt. Der hat einfach so arg geleckt. Der D-Frosch hat mich doch gekillt. Ne, der D-Frosch war ein Teamkollege. Yay! Mist. Dude. Damit ist die Unde auch schon wieder die Unde. Die Unde liegt auch schon wieder, äh, voll bei. Äh. Und mit... Ja, willst du mich jetzt verarschen? So. Die Runde ist auch schon wieder vorbei. Und... Manche coolspielische Item wieder benutzt. Wui. Damit ist die Runde jetzt auch wieder vorbei. vom gome hd server mein mafia und es rückelt ein bisschen und ja ich hoffe es hat einigermaßen was gemacht zuzugucken lasst mich vielleicht mal ein feedback vielleicht in den kommentaren da was ich besser machen kann das machen kann ja dass mir ein feedback da was ich besser machen so kann soll muss unbedingt vielleicht ein bisschen kleines bisschen ein bisschen mehr ein bisschen weniger was gefällt euch was gefällt euch nicht und damit wir sehen uns